Hi Leute und Willkommen zu meinem Let's Play zu Schiaffi und Fagioli, ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen, es ist nämlich italienisch, ein italienisches Spiel, das ich Gott sei Dank auf Deutsch spielen kann und es heißt Backpfeifen und Bohnen. Und es ist von mir ein Tribut an Bud Spencer, der ja leider Gottes verstorben ist und ich habe mir gedacht, ja, ich spiele diese Demo von dem Spiel und schaue mal wie weit ich komme. Ich habe es mal angespielt und der Sound ist leider etwas laut, ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr, weil ich kann nichts dran ändern in den Optionen. Ja, da gibt es hier dafür keine Einstellungen. Von daher müssen wir damit erstmal so klarkommen. Also, das ist eine Hommage an die Italiano-Western von Bud Spencer und Terence Hill und man spielt die beiden auch, wie ihr gleich sehen werdet. Wir spielen natürlich Bud Spencer und Terence Hill und ja, wird übernommen von der CPU. Bambino und Trinita, was ist los hier? Sie haben sich strafbar gemacht. Nein, doch! Der eine da hat gesagt, ich wäre der Sohn einer alten Hure. Das ist schlimm. Wir wollen wir das erledigen, Jungs. Ja, jetzt erledigen wir sie. Hup, dann stoppen wir uns hier. Bam! Das ist doch die Wahrheit. So alt ist sie nun auch wieder nicht. Okay, da kann ich das. So kann ich so hauen, so kann ich so hauen. Okay. Boah, zwei auf einen Streich weggehauen. Leihmagen tut weniger weh, wenn es mit Whisky. Was? Das ging zu schnell. Ich bin die Boden. Ich bin der, der die Kellen hier auspackt. Gut, jetzt habe ich ihn eingesammelt. Ich steck damit. So. Ich muss auch einsammeln, ich kann die alle einsammeln. Das ist ja krass. Sogar zwei. Und du ging mir noch was zu essen. Aua, das ist ausgebildet. Ich bin der, der die Kellen hier austeilt. Bam. Bam. Das sind auch genau die Schläge aus den Filmen. Ey, so geil. Wo gehst du hin? Ich schaue mich ein bisschen um. Okay. Heute ist dein ruhiger Tor. Dafür, dass es so endet. Mal auf. Bam, 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 bam. Bam, hauen wir alle raus, hier. Für euch ein paar Brecher. Wow. Da waren ganz vieler drin. Kann ich hier irgendwas aufsammeln? Außer die Tüten. Dann weg. Ja, alle auf mich. Terrence, helf mir mal. Bam. Was wirst du denn so an, dass du hier so schön mit Boden und dich umschmeißt? Ach, Terrence, das ist von K.O. hier. Da müssen wir wieder die Kronos im Feuerwehr. Heil dich mal hier. Komm. Nippie Wohnen. Ja, es ist auch so eine Art Fan-Projekt und ich weiß gar nicht, ob die das noch zu Ende stellen werden. Der Wagen muss zurück in die Zukunft. Cool. Nettes Gimmick. Hier ist der End-Boss oder so. Hier ist der End-Boss oder so. Dass wir wieder zurückwerfen, oder so wie es aussieht. Oh, das ist gar nicht so einfach. Ich muss jetzt ein bisschen die Zeit abwarten und dann rechtzeitig werfen. Jetzt in der Köln. Nein. Ich hab mich glaube ich sogar getroffen. Ein bisschen warten. Und jetzt. Ja. Ja. Super. Hat bei Ihnen. Ja. Und das war's dann auch schon. Mit meinem Bud Spencer Tribut. Solle er in Frieden ruhen. Der Held unserer Kindheit. Ja. Ich werd ihn vermissen. Und euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Und bis dann. Ciao.